Hallo zusammen! Hier sind wir wieder in der neuen Konstellation. Heute die Gaby. Gaby, eine alte, ganz langjährige Freundin und vor allen Dingen eine, die wirklich gut im Thema ist, lange Yoga praktiziert. Wir schon viel gemeinsam im Yoga-Weg gegangen sind und dann meine kleine Wenigkeit, die euch so ein bisschen durch die Klasse führen will und wir mal wieder schauen wollen, wie geht's dir gerade? Was spricht dein Körper? Wo bist du gerade? Ihr kennt das Spielchen schon. Es heißt eigentlich Lovely Sunday und wir verwechseln oft immer, wenn wir Lovely gleich hören, ist das immer alles so lieblich und ich nenne das immer, lieblich hört sich für mich manchmal an, als wollen wir jemanden streicheln und wollen ihn streicheln und streicheln und wollen ihn förmlich tot streicheln. Lieblich bist du zu dir, wenn du auch mal hinschaust, was nicht so herrlich ist, was nicht so gut funktioniert und wo du dir vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen mehr Benefit schenken kannst. Also, lasst uns uns bewegen in Körper und Geist. Gabi, legst du dich bitte in die Rückenlage und das gilt natürlich für dich am Bildschirm auch. In die Rückenlage kommen, ganz flach hinlegen, kurz einen Moment rasten. Du entscheidest, ob du die Füße weit auseinander nimmst, ob du die Hände auf den Bauch legst oder die Hände rechts, links, ein bisschen vom Körper, Handflächen nach oben, Schultern entspannt. Dein Kopf ganz lang machen, dein Hals und nur dein Hinterkopf sanft in der Matte ablegen. Und schau mal, ob es dir gelingt, auch, ich glaube, das ist immer für uns so ein bisschen das schwierigste Part am Anfang in so einer Stunde, auch die Spannung rauszukriegen aus den Beinen. Wenn die Spannung aus den Beinen geht, dann sinken meistens die Fußspitzen ein bisschen mehr nach rechts und links, außen. Ein kurzer Moment des Ankommens, ein kurzer Moment des Loslassens. Der Atem kommt und der Atem geht. Und da wir nicht am Anfang ein kleines Schläfchen machen wollen, ich nehme an, du hattest eine gute Nacht gehabt, eine entspannte Nachtruhe, stellen wir die Füße auf, rechts und links. Dann bringen wir sanft die Knie ran zum Brustkorb, ziehen die Knie nur ran zum Brustkorb. Im Grundrahmen ist es mehr ein sinken lassen, bleiben ganz lang in deiner Rückenlage. Und dann beginnen wir mit kleinen Kreisen mit den Knien. Und lass die Knie bitte geschlossen. Dann halten wir kurz inne. Kleine Kreise in die andere Richtung. Stoppen wir auch hier. Wechseln mit den Händen an das rechte Bein unterhalb der Kniescheibe. Atmen tief ein, atmen tief aus. Und in der Einatmung heben wir mal sanft links das Knie, das Knie, das Bein nach oben an. Wir strecken das Bein. Schau mal, deine beiden Rückseiten werden wahrscheinlich, weil es noch früh am Tag ist, noch nicht ganz so offen sein. Aber guck mal, wie viel Raum du hineinbekommst. Und dann beugst du nochmal sanft das Bein. Und streckst das Bein nochmal nach oben. Die Zehenbein kannst du nach oben schieben. Die Ferse schiebst du nach oben. Und du kannst die Zehen richtig auseinander spreizen. Und eventuell den kleinen Zeh auch weit nach außen spreizen. Beugst nochmal das Bein. Und streckst das Bein. Ein drittes Mal. Dann bringen wir ein bisschen Bewegung dort mehr rein. Wir atmen tief ein. In der Ausatmung lassen wir das Bein nach vorne unten sinken. Ziehen das Knie ran. An Einatmung strecken nach oben. Ausatmung lassen nach unten sinken. Bauchnabel sanft reinziehen. Ranziehen. Einstrecken. Aussinken lassen. Ranziehen. Einstrecken. Aussinken lassen. Ranziehen. Einstrecken. Aus. Sinken lassen. Ranziehen. Einstrecken. Aus. Nach vorne sinken lassen. Kurz hier bleiben. Bauchnabel sanft reinziehen. Linker Fuß ist in Flex oder gepointet oder gefleuntet, so nennen wir das. Dann schieben wir die Zehenbein nach vorne. Ziehen die Zehen ran. Und das ist so ein Stückchen, als würdest du ein Gaspedal durchdrücken. Beugen das Bein, ziehen das Bein, ziehen das Bein, halten beide Knie nochmal kurz fest. Warten. Dann wechseln wir die Seite und strecken rechts nach oben aus. Auch hier wieder komplett senkrecht nach oben, gar nicht so weit nach hinten ziehen. Der Fuß ist geflext, wie ich schon gesagt habe, gepointet oder gefleuntet, das heißt eine Mischung zwischen flexen und pointen. Und schau, dass du wirklich Kraft vorne in deine Oberschenkelvorderseite bekommst, um hinten Raum zu schaffen. Schau auch, dass dein Gesäß rechts und links unten bleibt, deine Sitzbeinhöcker mehr nach vorne unten strahlen und du nicht das Becken einrollst. Und dann beugst du nochmal und streckst dein Bein. Beugen und strecken. Kurz hierbleiben und dann gehen wir kurz ein bisschen mehr in die Bewegung. Wir atmen tief ein. Ausatmung, lass das rechte Bein sinken. Zieh es ran, einstrecken. Aus, sinken lassen. Beugen, ranziehen, strecken. Aus, sinken lassen. Beugen, ranziehen, strecken. Aus, sinken lassen. Beugen, ranziehen, strecken. Aus, sinken lassen. Letztes Mal. Beugen, strecken. Aus, sinken. Hierbleiben. Bauchnabel reinziehen. Schau, dass du nicht einfach unten in dein Hohlkreuzfels, also nicht diese Wölbung bekommst, sondern halte die Länge. Und dann beugst du, ziehst dran, bleibst kurz hier. Kreuz deine Unterschenkel. Greif über außen zu deinen Füßen. Und lass nochmal deine Knie rechts und links und deine Oberschenkel mehr nach unten sinken. Verliere nicht die Länge in deiner Rückenlage. Löse nochmal. Wechsel die Seite. Kreuze andersrum. Es ist immer clever, beide Seiten zu bedienen. Immer dran denken, wir haben zwei Seiten. Ich nenne es immer Schokoladenseite 1. Schokoladenseite 2. Ich weiß, wenn du überhaupt Schokolade magst, dass es bestimmte Sorten gibt, die dir näher liegen. Wahrscheinlich sogar welche gibt, wo du sagen würdest, die bleibt im Regal liegen. Aber so ähnlich ist es mit deinem Körper auch. Bediene nicht immer die Seite, wo du sagst, oh, die ist so ganz fein. Die liebe ich. Dann sind wir wieder bei dieser lieblichen Gestaltung. Ich bediene nur das, was ich besonders lieb habe. Das andere kannst du dir überlegen, kannst du natürlich abschneiden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Dann hebst du sanft den Kopf an. Dann beginnst du sanft auf deiner Rückenlage zu rollen. Vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Und dann kommst du nach oben in den Schneidersitz. Stellst die Fingerkuppen nochmal rechts, links auf. Hebst dein Brustbein sanft an. Wächst mit deiner Kopfkrone weit nach oben. Und schaffst hier nochmal ganz viel länger. Und Brustbein hebt. Dann heben wir in der Einatmung über die Seite die Arme nach oben an. In der Ausatmung schließen wir sie und lassen sie über Kinn, Brustbein sinken. Einatmung über die Seite anheben. Ausatmung über Kinn, Brustbein sinken lassen. Einatmung über die Seiten anheben. Aus, Kinn, Brustbein sinken lassen. Einatmung anheben. In der Ausatmung sanft nach vorne lehnen. Arme ruhig wieder ein Stückchen öffnen. Blick nach vorne. Fingerkuppen vorne aufstellen. Länge halten. Handflächen im Boden. Atme nochmal tief ein. Öffne hier wirklich rechts und links deine Flanken. Und dann schiebst du deine Fingerkuppen, deine Fingerballen im Boden. Und wenn es dir gelingt, und es geht nur, wenn die Knie weit unten sind, sind sie zu weit oben, musst du über die Seite rauskommen. Hier ist viel Raum. Falls du gerade auf den Bildschirm schaust, wie das bei Gabi ist, weil die Knie fast auf der Höhe der Hüften sind, kommst du nach vorne in deinen Vierfüßlerstand. Richte dich aus, komme nach hinten wieder. Dann hast du die Länge in deinem Vierfüßlerstand. Schaue, dass du eine Länge hast, eine natürliche Länge. Weder zu viel in deinem Hohlrücken, noch einen kompletten Rundrücken. Schaue, dass der Schultergurt aufgezogen ist. Einatmung. Hebe den Blick. Wir atmen durch die Nase. Ausatmung. Roll dich ein. Schaue zum Nabel. Einatmung. Hebe deinen Blick zum Himmel. Ausatmung. Roll dich ein. Mach dich klein und rund. Einatmung. Hebe den Blick an. Ausatmung. Werde klein und rund. Einatmung. Wirbel für Wirbel nach oben. Ausatmung. Wirbel für Wirbel zum Nabel. Einatmung. Roll dich auf zum Himmel. Ausatmung. Roll dich ein. Schau zu deinem Ursprung. Einatmung. Letzte Mal nach oben. Ausatmung. Ausatmung neutral. Gesäß nach hinten. Zu den Fersen. Bitte verändere nicht deine Hände. Schau mal nach vorne. Zu den Fingerkuppen. Eventuell verschiebst du sanft mal dein Gesäß. Rechts, links. Und schau, dass deine Flanken lang bleiben. Und deine Schultern. Die wachsen eher zu den Ohren. Ziehe nicht die Schultern zurück und mach dich wieder eng. Halte diese Länge. Und dann beginnen wir mit der linken Seite. Wir nehmen den linken Arm nach hinten. In der Einatmung machen wir eine große Schwimmbewegung nach vorne. In dem Vierfüßlerstand. Ausatmung. Gehen wir zurück. Einatmung über die rechte Seite. Große Schwimmbewegung. Ausatmung. Wir gehen zurück. Einatmung über links. Große Schwimmbewegung. Aus. Zurück. Ein rechts. Große Schwimmbewegung. Aus. Zurück. Ein links. Und lächeln. Aus. Zurück. Ein rechts. Und aus. Zurück. Ein links. Und aus. Zurück. Und kurz innerhalb. Drei Kreise über die linke Seite. Einatmung. Über links nach vorne. Aus. Über rechts. Zurück. Ein. Über links. Nach vorne. Gabi und ich machen gerade Synchronschwimmen. Aus. Zurück. Ein. Und aus. Zurück. Und kurz innerhalb. Halten. Wenn man links rumschwimmen kann, kann man rechts rumschwimmen. Ein. Rechts. Aus. Zurück. Ein. Und aus. Und aus. Über deine linke Seite zurück. Ein. Rechts. Und aus. Über die linke Seite zurück. Einatmung. Einatmung. Vierfüßlerstand. Nochmal richtig ausrichten. Ganz viel länger. Okay. Wir öffnen uns sanft zur Seite. Wir fangen mit dem rechten Arm an. Einatmung. Über die rechte Seite nach oben. Ausatmung. Wir tauchen nach links durch. Beugen den Arm und schieben uns rüber. Ein. Über rechts. Rechts öffnen. Aus. Wir tauchen durch. Ein. Öffnen. Aus. Wir tauchen durch. Ein. Öffnen. Ausatmung. Hand abstellen. Wir gehen auf die linke Seite. Fingerkuppen bleiben im Boden. Finger ballen. Achte nochmal darauf, dass die Zeigefinger nach vorne sind. Und schau, dass du die größtmögliche sinnvolle Länge hast. Das heißt, die Knie sind minimum unter der Hüfte. In der Tendenz ein Stückchen dahinter. Weil sonst wird es zu eng. Und wir drehen uns immer wirklich komplett auf. Einatmung. Über links aufdrehen. Ausatmung. Über die rechte Seite durchtauchen. Ein. Über links aufdrehen. Aus. Über die rechte Seite. Ein. Links aufdrehen. Aus. Über rechts tief. Ein. Links nach oben. Und Hand absetzen. Und zurück. Wunderbar. Einatmung. Vierfüßlerstand. Ausatmung. Zehn aufstellen. Dein erster herabschauender Hund. Geh ein bisschen an deinem Hund. Mach das bitte selbstständig. Lass dir Zeit. Kein Tempo. Und wenn du magst, schau mal bitte nach vorne. Zur Gabi. Sprich auf deinem Bildschirm. Oder Smartphone. Oder Computer. Was auch gerade du zu Händen hast. Und schau, welches Tempo Gabi hat. Das ist wirklich eher bedächtigtes Tempo. Somit gibst du dir Zeit, ein bisschen mehr Länge, Raum in deinen Beinen, Rückseiten zu kreieren. Und da treffen wir uns alle gemeinsam im herabschauenden Hund. Wir lassen die Fersen sinken. Bitte nicht die Fersen nach unten pressen. Gebe so viel Raum, dass du von deinen Fingerkuppen über deine Arme, über dein Schultergurt, über dein Kreuzbein, deine Länge, dein Gewicht nach hinten zu den Fersen sinken lassen kannst. Presst du die Fersen? Die Gabi hat die Fersen ganz kleine Stückchen hoch. Wenn du ganz viel Raum hast in den Beinen, Rückseiten, können sie nach unten. Aber vielleicht magst du noch mal kurz schauen. Gabi, schieb mal die Fersen nach unten. Und kreier mal mehr so ein Rundrücken hier oben. Dann kollabiert hier oben dein System. Statt Raum in deinem unteren Rücken, schaffst du wieder eher Enge. Okay. Einatmung, rolle vor in die Blanke. Ausatmung, beug die Knie, herabschauender Hund. Einatmung, rolle vor in die Blanke. Ausbeug deine Knie, herabschauender Hund. Einatmung, rolle vor in die Blanke. Setz die Knie ab, schieb dein Gesäß nach hinten. Einatmung, Vierfüßlerstand. Achtung, Ausatmung, leg dich das erste Mal weit nach vorne ab. Sanfte Kobra. Stell die Zehen auf, herabschauender Hund. Heb dein rechtes Bein das erste Mal an. Einatmung. Führ dein Knie bitte nach vorne zur Nase. Einatmung, weit nach hinten oben. Führ dein Knie nach vorne noch mal zur Nase. Einatmung, schieb dein Bein weit nach hinten oben. Führ dein Knie nach vorne zur Nase. Halte kurz inne. Es kostet Kraft. Hebe die Ferse hinten weit an. Mach den Rücken komplett in einem Bogen. Heb den Blick an und stelle jetzt erst den Fuß ab. Einatmung, roll dich auf, Krieger 1. Ausatmung, beug dein linkes Bein sanft. Linker Arm vor, rechter Arm zurück. Offener Twist. Ist am Anfang einfacher. Einatmung, Krieger 1. Ausatmung, setz die Fingerkuppen ab. Nimm den linken Fuß vor. Erste sanfte Vorbeuge. Vielleicht sind die Knie noch gebeugt. Einatmung, hebe deinen Rücken. Gerade Rücken. Ausgehe tief. Beug die Knie. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und wir treffen uns alle im Stand. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Gabi, ist bei dir alles in Ordnung? Super. Einatmung, hebe die Arme weit nach oben an. In der Ausatmung tauche sanft ab in deine Vorbeuge. Uttanasana. Hebe den Blick an. Gerade Rücken. Gehe bewusst zwei Schritte zurück in deinen Hund, der nach unten schaut. Rolle vor in die Planker. Beug die Knie, herabschauender Hund. Rolle vor in die Planker. Setz die Knie ab. Schieb dein Gesäß nach hinten. Einatmung, Vierfüßlerstand, oberer Liegestütz. Ausatmung, tiefer Liegestütz. Weit nach vorne ablegen. Kobra, Bhushangasana. Zehen aufstellen. Herabschauender Hund. Wir starten alles auf links. Linkes Bein geht nach oben. Ein. Aus. Nummer eins. Nach vorne. Rund werden. Ein. Schiebe weit nach hinten oben. Aus. Knie nach vorne. Schultern gehen mit über die Handgelenke. Ein. Weit nach hinten oben. Aus. Für dein Knie weit nach vorne. Lass das Knie weit hier nach vorne strahlen. Hebe den Blick an. Samt vor die Fingerkuppen. Stell den Fuß vorne ab. Einatmung, Krieger eins. Ausatmung. Beug dein rechtes Bein. Off, not twist. Einatmung, Krieger eins. Wackeln ist erlaubt. Aus. Fingerkuppen absetzen. Fuß nach vorne ziehen. Sanfte Vorbeuge. Hebe den Blick. Aus. Gehe tief. Einatmung. Beug die Knie. Roll dich Wirbel für Wirbel auf. Wir treffen uns alle im Stand. Wir gehen ein bisschen tiefer. Und zwar intensiver in die Bewegung. In der Einatmung heben wir die Arme über die Seiten an und heben die Fersen an. Blick geradeaus. Wackeln ist erlaubt. Mehr Großzehballen. Mehr auf die Zehen kommen. Bauchnabel rein. Rippenbögen platzen dir nicht einfach raus. Öffne deine Flanken. Werde ganz lang. Die Schultern wachsen in der Tendenz mehr zu den Ohren. Dreh mal die Daumen noch ein Stückchen mehr nach außen. Ja, wunderbar. Ausatmung. Fersen sinken lassen. Tiefe Vorbeuge. Gerade Rücken ein. Zwei Schritte zurück. Herabschauender Hund. Rolle vor in die Blanke. Beug die Knie. Herabschauender Hund. Rechtes Bein geht nach oben. Einatmung. Knie geht nach vorne zur Nase. Einatmung weit nach hinten oben. Achtung. Jetzt beugen und öffnen. Du beugst dein Bein. Du schaust, dass die Schultern in einer Höhe bleiben. Bleibe noch hier einen Atemzug. Einatmung. Streck das Bein. Nimm das Knie nach vorne. Abstellen. Einatmung. Roll dich auf. Krieger 1. Ausatmung. Offener Twist. Links vor. Rechts zurück. Einatmung. Krieger 1. Ausatmung. Liegt die Ferse jetzt um. Krieger 2. Einatmung. Reverse. Ausatmung. Krieger 2. Achtung. Einatmung. Streck dein Bein. Aus. Beug dein Bein. Ein. Streck dein Bein. Aus. Beug dein Bein. Ein. Streck dein Bein. Dreh die vordere Hand nach oben. Schau nach vorne. Schieb dich nach vorne. Hole viel länger. Es geht erstmal nur in die Kraft zu kommen. Großzehballen im Boden. Großen Zeh richtig im Boden geschoben. Bein ist gestreckt. Bauchnabel zieht rein. Lass die hintere Hand sinken. Und Einatmung. Reverse. Ganz viel Länge. Bein bleibt gestreckt. Ausatmung. Hände zu Boden. Bein zurück. Herabschauender Hund. Eine Welle nach vorne. Über den tiefen Liegestütz direkt zu Boden. Kobra. Bhuschan. Gassana. Zehne aufgestellt. Herabschauender Hund. Wir starten links. Linkes Bein nach oben. Ein. Knie geht nach vorne. Zur Nase. Einatmung weit nach hinten oben. Beug dein Bein. Und öffne. Nochmal. Beide Schultern leveln auf einer Höhe. Knie steigt weit nach hinten oben. Und dann öffnest du das Knie sanft zur rechten Seite. Du willst deinen Hüftbeuger, deinem Psoas, dort mehr Raum schaffen. Strecke dein Bein. Einatmung. Führ das Knie nach vorne. Stell den Fuß weit vorne ab. Einatmung kriege eins. Ausatmung. Offener Twist. Einatmung. Krieger eins. Leg die Ferse um. Krieger zwei. Einatmung. Streck dein Bein. Aus. Beug dein Bein. Ein. Streck dein Bein. Aus. Beug dein Bein. Ein. Streck dein Bein. Dreh den Handteller nach oben. Es ist so, als wolltest du was reichen. Und dann ziehst du dich weit nach vorne. Die Hüfte geht nach hinten. Schieb die Fußaußenkante in den Boden. Achte, dass vorne Großzehballen, großer Zeh im Boden schiebt, damit du viel Kraft in dein Fundament, in deine Basis bekommst. Deine ganze Übung entsteht über die Basis. Arm hinten sinken lassen. Einatmung. Reverse. Ausatmung. Hände zu Boden. Bein zurück. Herabschauender Hund. Welle vor in die Blanke. Über den tiefen Liegestütz zu Boden. Eine Kobra. Aus. Herabschauender Hund. Rechtes Bein nach oben. Ein. Knie nach vorne zur Nase. Bein weit nach hinten oben. Beugen und öffnen. Bein strecken. Fuß weit vor zwischen die Hände. Hebe den Blick. Einatmung. Gehe mit dem linken Fuß nach vorne. Sanfte Vorbeuge. Sorry, mein Fehler. Hebe den Blick. Austief. Zwei Schritte wäre gut gewesen. Hebe den Blick. Aus. Gehe tief. Beug die Knie sanft. Stuhl. Utkatasana. Muss ich selber lachen. Ausatmung. Richte dich auf. Lösen. Tief ein. Tief aus. Einatmung. Hebe die Arme über die Seiten an. Hebe die Fersen nochmal weiter. Perfekt. Bauchnabel rein. Achte für dich zu Hause. Dass du nach vorne schiebst. Zu den großen Zehen. Zu den Zehenbeinen. Bauchnabel ist drin. Rippenbögen. Rippenflanken. Also sprich die Rippenbögen. Außen weit aufziehen. Schultern steigen nach oben zu den Ohren. Handflächen schauen zueinander. Entspannter Blick nach vorne. Ich weiß, es ist nicht entspannt. Und Ausatmung. Fersen sinken lassen. Handflächen vor dem Brustkorb nehmen. Tief ein. Tief aus. Einatmung. Hebe die Arme nochmal nach oben an. Ausatmung. Tauche ab in deine Vorbeuge. Gerade Rücken ein. Zwei Schritte zurück. Herabschauender Hund. Vor in die Blanke. Knie beugen. Herabschauender Hund. Atme tief ein. Atme tief aus. Ausatmung. Wir nehmen den Fuß vor. Sanfte Vorbeuge. Gerade Rücken ein. Aus. Tiefe Vorbeuge. Einatmung. Wirbel für Wirbel aufrollen. Ausatmung lösen. Dann nehmen wir mal die Füße. Eine gute Faustbreite. Eventuell anderthalb Fäuste auseinander. Und wir wollen mal ganz, ganz viel Raum schaffen. Uns mal noch ein bisschen mehr auf die beiden Rückseiten konzentrieren. Als erstes gehen wir ein bisschen in die Kraft. Wir strecken die Arme nach vorne. Wir nehmen die Daumen nach oben. Wir atmen tief ein. Setzen uns ab in den Stuhl. Wunderbar. Schauen die ganze Fußsohle im Boden. Schauen, dass wir eine Fußmittellinie haben. Vom ersten kleinen Zeh hinten durch die Ferse. Und dann legen wir die Unterarme auf die Oberschenkel ab. Und die Handflächen schauen nach oben. Und falls du nicht weißt, worum es geht, heb den Blick. Schau mal kurz, wie Gabi dir das zeigt. Ich gehe nochmal für dich selber tief, um den Raum zu haben. Und du wirst langsam merken, wie deine Oberschenkel anfangen, ein bisschen zu dampfen. Für mich ist es immer erst okay, wenn langsam kleine Rauchfaden aus dem Oberschenkel starten. Gabi grinst schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein liebevolles Grinsen ist oder so. Lass mich raus. Wir werden sehen. Und dann strecken wir die Arme nochmal nach vorne aus. Stellen die Fingerkuppen auf. Einatmung. Strecken die Beine, werden ganz lang. In der Ausatmung tauchen wir ab in die Vorbeuge. Einatmung. Wir heben den Blick. Ausgehen tief. Einatmung. Beugen die Beine. Rollen uns Wirbel für Wirbel auf. Und auslösen. So, dann wollen wir mal ein bisschen noch mehr in die Kraft gehen. Einatmung. Wir heben die Arme über die Seiten an. Ausatmung. Wir tauchen sanft ab in die Vorbeuge. Gerade Rücken ein. Aus. Tief. Wir beugen die Knie. Einatmung. Heben den Blick an. Und legen mal die Hände rechts und links außen an die Wade. Also an den Unterschenkel. Genau. Schieben dort gegen. Wunderbar. Die Unterschenkel schieben gegen die Handflächen. Falls du nicht verstehst, worum es gerade geht, hebe den Blick kurz an. Dann schiebst du das Gewicht ein bisschen mehr hinten auf, die Fersen. Okay. Einatmung hier. Ausatmung hier. Und dann streckst du langsam die Beine mehr. Ja, mehr in den geraden Rücken schiebst. In der Ausatmung gehst du sanft mehr in die Vorbeuge. Presse aber deine Unterschenkel in die Hände und die Hände pressen gegen die Unterschenkel. Das heißt, deine Oberschenkel, Vorderseiten einrotieren. Unten Druck. Gebe Druck auf die Fußaußenkante. Gabi, kannst du es spüren? Ja. Und es geht darum, Raum zu schaffen. Raum hinten auf deiner rückwärtigen Seite deiner Beine. Den Kopf kannst du ruhig in der Verlängerung lassen. Sogar ein bisschen hängen. Wichtig ist, dass du viel, viel, viel Länge im Rücken kreierst. Du könntest so viel Länge kreieren, dass du sogar in deine natürliche Lordose kommen würdest. Es kann sein, dass deine Beine anfangen zu zittern. Zittern ist in Ordnung. Zittern sagt dir, dass du lebst. Das letzte Mal richtig pressen. Gib ganz viel Druck, ganz viel Druck an deine Unterschenkel. Ganz viel Druck über deine Unterschenkel. Und zwar, weil du den Druck auf deine Fußaußenkanten gibst. In deine Hände. Dann hebst du nochmal den Blick an. Einatmung, wirst ganz lang. Ausatmung, tauchst ab, löst Vorbeuge. Gerade Rücken ein. Zwei Schritte zurück, herabschauender Hund. Welle nach vorne, in die Planke. Kurz hier bleiben. Oberschenkel anspannen. Und stell dir vor, du würdest nach oben wegschieben, ohne das Gesäß mehr zu heben, sondern du hebst einfach im Grunde genommen über diese stabile Rücklage deiner Beine, hebst du alles nach oben an. Bauchnabel ist drin. Schultern sind oben auseinander gefächert. Blick nach vorne. Nach vorne schiften zu den Fingerkuppen. Über den tiefen Liegestütz nach unten. Eine Kobra. Aus. Herabschauender Hund. Tief ein. Tief aus. Rechtes Bein weit nach oben ein. Knie nach vorne zur Nase. Aus. Einatmung weit nach hinten oben. Beugen und öffnen. Bein strecken. Knie nach vorne zur Nase. Fuß weit vorne aufgestellt. Kurz hier bleiben. Im Sprinter. Rechte Hüfte zieht ein Stückchen mehr zurück. Linke mehr nach vorne. Schau, dass die Hüften auch zum Boden levelst. Nicht eine Hüfte höher steht und eine tiefer. Dann legst du hinten die Ferse um. Drehst vorne den Fuß ein. Und drehst dich in die Mitte rein. Wunderbar. Beug die Knie sanft. Okay. Schieb deine Sitzbeinhöcker mehr nach hinten. Beug die Knie noch ein Stückchen mehr. Wunderbar. Und lass den Rücken ganz lang werden. Deine Fingerkuppen stehen unter den Schultern. Und schaffe Raum. Gebe Druck in deine Fußaußenkante. In deine äußere Ferse. Wir gehen nochmal in die Kraft. Wir wandern mit der linken Hand vor den linken Fuß. Und die rechte nehmen wir natürlich mit und strecken das rechte Bein. Wir bleiben lang mit dem Rücken. Auch die Gabi. Lang nach vorne. Lang nach vorne. Lang nach vorne. Wir gehen nur hier rüber und gehen tiefer. Wunderbar. Einatmung in die Mitte. Aus rüber wandern nach rechts. Ein in die Mitte. Aus rüber wandern nach links. Ein in die Mitte. Aus rüber wandern nach rechts. Ein in die Mitte. Aus rüber wandern nach links. Und jetzt schauen wir mal, dass der komplette Rücken, der komplette Oberkörper gerade nach vorne sind. Die Hände ruhig mal nur unter die Schultern nehmen, unter die Schultern, unter die Schultern, mehr aufrichten und wirklich parallel mit dem Oberkörper kommen. Fuß außen, Kante tief, linkes Knie zieht nach außen und ganz wichtig ist, linkes Gesäß zieht nach außen. Schau, dass die beiden Flanken offen bleiben. Streck die Arme, streck die Arme, viel Länge. Und das kostet richtig Kraft. Perfekt. Schön viel Länge. Wirklich die Länge halten. Blick geht nach vorne. Und aktiv bleiben. Einatmung zur Mitte, tief bleiben. Und Ausatmung zur anderen Seite. Gleiches Spiel. Ganz viel Länge. Fuß außen, Kante in den Boden. Blick sanft nach vorne. Rücken ist lang. Linke Fuß außen, Kante in den Boden schieben. Ober, Schenkel, Vorderseite aktiv. Einatmung zur Mitte. Gebeugt bleiben. In der Ausatmung, Ellenbogen sanft beugen. Beine strecken in die Vorbeuge. Fuß außen, Kante. Fersen schieben im Boden. Rücken ist lang. Und schau mal, dass du alles in einer Flucht stapelst. Sprunggelenk, Knie, Hüfte. Eine Linie. Einatmung. Einatmung. Hebe den Blick. Gehe nach vorne in den Sprinter. Das ist eine Bewegung. Ausatmung, bring den Fuß zurück, herabschauender Hund. Beug mal rechts, links die Beine. Wieder dieses sanfte auf der Stelle. Wandern gehen, Raum schaffen. Perfekt. Perfekt. Linkes Bein nach oben. Knie nach vorne zur Nase. Einer Bung weit nach hinten oben. Beugen und öffnen. Bein strecken. Fuß vor zwischen die Hände. Auch hier bleiben im Sprinter. Linke Gesäß zieht zurück. Rechte mehr nach vorne. Du am Bildschirm bleibst bitte in diesem Ausfallschritt, in dem linken. Die Gabi, die switcht einfach nur mal kurz, weil es hilft nichts, wenn ihr auf die Rückseite schaut. Du am Bildschirm drehst deinen hinteren Fuß ein, kommst auf die Ferse, auf deine Fußaußenkante, vorne drehst du den Fuß ein und dann drehst du dich wieder auf zur Seite. Nur auf der anderen Seite. Wunderbar. Gleiche Länge nochmal haben. Beide Fußaußenkanten schiebst du in den Boden. Du behältst jetzt die Länge der Beine und gehst mit den Fingerkuppen weit nach vorne. Weit nach vorne. Das heißt, du erzeugst zwei Dreiecke. Ein Dreieck von deinem Kreuzbein nach unten zu den Fersen, über deine Beine. Ein Dreieck über deine Beine und deine Körperflanke hin. Deine Arme bis runter zu den Fingerkuppen. Dein Kopf schwebt zwischen den Oberarmen. Sprich, ungefähr die Ohren sind auf der Höhe deiner Oberarminnenseite. Und schau mal, dass du ganz, ganz viel Länge bekommst. Vielleicht gelingt es dir, die Sitzbeinhöcker hinten so weit nach oben nehmen, weil du deine Oberschenkel vorderseiten einrotierst, dass du langsam in einen natürlichen Hohlrücken kommst. Und das ist keine Position einfach auszuhängen, das ist eine ziemlich energetische, kraftvolle Position. Beine sind aktiv, Oberschenkel sind einrotiert, Fußaußenkanten schieben im Boden, komplett. Fingerkuppen schieben vorne in den Boden. Arme sind gestreckt. Du machst deine Zwischenrippen weit und lang. Und an Einatmung hebst du den Blick, kommst mit den Fingerkuppen wieder drunter und beugst mal sanft rechts, links deine Beine. Perfekt. Da wir schon am Anfang kleine Rotationen gemacht haben, gehen wir hier nochmal ein bisschen mehr in die Rotation. Wir stellen deine linke Hand ungefähr unter deinem Gesicht auf. Fingerkuppen. Schau mal, in der Tendenz drehst du meistens die linke Hand nochmal so einen Finger mehr aus. Das wird ein bisschen freier für deine Schultern. Wunderbar. Bleibe lang in deinen Flanken rechts und links. Löse die rechte Hand und leg die rechte Hand hinten auf dein Kreuzbein. Und stell dir mal vor, vielleicht magst du nochmal den Blick heben, um auf den Bildschirm zu schauen, um zu sehen, was Gabi hier zu machen. Stell dir vor, du würdest dein Kreuzbein nach hinten rausschieben, gleichzeitig würdest du in deinen Flanken länger werden. Du schiebst deine Fußaußenkanten richtig in den Boden. Du behältst die Länge, du wächst mit deiner Kopfkrone nach vorne. Stell dir vor, du würdest in meine Hand, wenn deine Hand auf deiner Kopfkrone liegen würde, reinschieben. Dann Einatmung nochmal ganz viel Länge und in der Ausatmung drehst du dich dann über die Seite auf. Wunderbar. Schau, dass dein Herz sich hebt. Und jawohl. Schau vor allen Dingen, dass du in deine untere Flanke atmest. Und deine untere wäre in dem Falle in deine linke Flanke. Dann hebst du noch einmal den Arm weit nach oben an. In der Ausatmung lässt du den Arm sinken und beugst, dampf die Beine mal rechts, links. Bring ein bisschen Bewegung, vielleicht schüttelst du deinen Kopf aus, weil wir wollen gleich in der Position auch die andere Seite bedienen. Wunderbar. Dann kommen wir wieder zur Ruhe in die Grundposition und stellen die rechte Hand unter deinem Gesicht auf, drehen die Finger so ein Stückchen aus, dass wir Raum schaffen, bleiben in der Länge, in der Flanke. Schau, dass du nicht deine Sitzbeinhöcker ganz nach hinten hinter deine Fersen schiebst. Dann löst du deine linke Hand und bringst deine linke Hand aufs Kreuzbein. Und dann stellst du dir wieder vor, dein Kreuzbein schiebst du weit nach hinten. Du willst viel Raum halten und schau, dass du hier im Grunde genommen mehr oder minder in deine natürliche Lordose kommst, dass du hier Raum schaffst, Raum schaffst, Raum schaffst. Rippenbögen richtig hier links und rechts die Flanken aufziehen. Wachst wieder nach vorne in deine Kopfkrone. Atme noch einmal tief ein und in der Ausatmung drehst du dich zur anderen Seite auf. Und immer daran denken, du drehst über deinen ganzen Körper von unten nach oben auf. Schau, dass du nicht meinst, du müsstest über deinen Kopf so viel führen. Es hilft nichts, wenn du deinen Kopf und Druck in deine Halswirbelsäule bringst, sondern es geht darum, dein Herz wächst und du drehst dein Herz zur Seite auf. Fußaußenkanten sind in dem Boden. Oberschenkel echt aktivieren. Anspannen und einrotieren. Und dann lass mir noch einmal den Arm nach oben strahlen. Und es geht wirklich darum, er will weit nach oben strahlen. Du willst dein Herz öffnen. Du atmest tief ein und Ausatmung auch hier, die Fingerkuppen zu Boden. Und gleich noch einmal die Knie rechts, links beugen, Raum schaffen. Einatmung gehst du nach vorne in deinen Sprinter. In der Ausatmung bringst du den Fuß zurück, herabschauender Hund. Hebe die Fersen weit an, rolle nach vorne in die Blanke, Wirbel für Wirbel. Schiebe mehr nach vorne zu den Fingerkuppen und gehe ganz langsam nach vorne tief und lege dich ab. Eine Kobra. Ausatmung, herabschauender Hund. Tief ein. Tief aus. Einatmung hier. Ausatmung hier. Ich hoffe, dir, euch an dem Bildschirm geht es gut. Es ist alles im grünen Bereich. Sollte irgendwo du mal in deiner Bewegung, in deinem Tun, du ein Stück weit deinen Atem verlieren oder du an deine Grenzen kommen, dann hebst du einfach mal die Fersen weit an. Gabi macht es mal mit vor. Beugst die Knie, legst die Knie ab, öffnest die Knie und schiebst dich einfach zurück kurz in die Kindstellung. Wir allerdings bleiben in der Bewegung. Wenn du noch im Kind bleiben musst, weil du noch nicht wieder dich zentriert hast, dein Atem zurückgefunden hat, dann bleib gerne noch zwei, drei Atemzüge dort und steige ein wenig später wieder ein. Einatmung, Vierfüßlerstand. Ausatmung, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Perfekt. Rechtes Bein nach oben ein. Knie geht nach vorne, zur Nase. Einatmung, weit nach hinten oben. Bitte beugen und öffnen. Bein strecken. Knie nach vorne, Fuß weit vorne aufgestellt. Hier bleiben. Rechte Hüfte geht zurück, linke Hüfte geht mehr nach vorne. Dann gehen wir mit dem Fingerkupp mal ein Stückchen mehr nach vorne. Wunderbar. Und wandern mit dem rechten Fuß mehr zur linken, matten Rand. Perfekt. Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Wir heben ganz bewusst die Zehen an vorne. Mit dem Fingerkuppen, Gabi, kannst du ein Stückchen nochmal zurückkommen. Genau, auch wenn du nicht genau weißt immer, wo du gerade bist oder denkst, schau kurz, dafür sind wir hier, wo die Übung hinführen soll. Dann lässt du sanft dein rechtes Knie nach außen sinken. Rücken wird länger. Wunderbar. Und die Kraft kommt aus deinen Füßen. Ferse ist hinten, so weit es geht weit oben. Genau. Und du bleibst stabil im Sprunggelenk. Bitte kollabiere nicht im Sprunggelenk. Sprich, knick nicht ab im Sprunggelenk. Lass die Zehen rangezogen. Lass sie rangezogen. Dann kannst du deine rechte Hand abstellen, komplett auf die Handfläche. Nimmst mal deine linke Hand, greifst zum Sprunggelenk dort. Nimmst, hebst den Fuß sanft an, ziehst ihn ein Stückchen zurück und legst deinen ganzen Unterschenkel ab. Wunderbar. Lass die Ferse hinten noch oben kurz. Genau. Knie ablegen. Ziehst die linke Hüfte mehr nach vorne, die rechte mehr zurück. Herz führt. Kopfkrone weit nach oben. Du hast zwei Möglichkeiten mit deinem rechten Fuß. Entweder du flexst ihn auf die Fußaußenkant. Oder wenn dein Winkel hier spitzer ist, dann kannst du deinen Fußspann lang machen und schiebst deinen ganzen Fußspann in den Boden. Dann heben wir hinten die Zehen an und legen den Fußspann weit hinten ab. Ganz viel länger. Und zwar so ab, dass auch der kleine Zeh außen in den Boden schiebt. Der muss richtig in den Boden pressen. Und dein Becken fällt nicht einfach runter, sondern es kann nur so weit sinken, wie Raum da ist. Vielleicht kannst du sogar noch ein bisschen mehr dein Bein nach hinten schieben. Ziehst die linke Hüfte noch ein Stückchen mehr nach vorne, die rechte mehr zurück. Schiebe wirklich den Fußspann im Boden. Und das ist dein Schutz vorne für dein Knie. Okay. Und dann gehst du langsam mit dem Fingerkorb mal ein Stückchen mehr nach vorne. So. Dann hebst du deinen Brustkorb mal an. Einatmung. In der Ausatmung beugst du sanft die Ellenbogen, gehst tiefer. Einatmung. Hebe dein Herz an. Ausatmung. Ausatmung. Beug die Ellenbogen, gehst tiefer. Einatmung. Hebe dein Herz an. Ausatmung. Gehe tiefer. Einatmung. Hebe dein Herz an. Ausleg die Unterarme ab. Linke Hüfte geht mehr vor. Rechte Hüfte geht mehr zurück. Und zup. Bist du in deiner Taube. Es geht wirklich darum. Linke Hüfte mehr vor. Rechte mehr zurück. Beide Hüften auf einem Level. Flanken rechts, links. Ganz lang machen. Weit nach vorne wachsen. Raum. Und Frieden. In deinem unteren Rücken erzeugen. Hinten. Alles in den Boden schieben. Wenn du vorne falls du gerade auf dem Bildschirm siehst, wie Gabi auf den Unterarmen ist, du nicht auf die Unterarme kommen solltest, dann bleibst du eher aufrecht. Oder wenn du das irgendwann wieder für dich praktizierst, lege dir einen Block drunter. Hast du keinen Block, kannst du zu Hause Bücher nehmen, Decken, Kissen, dass du mehr in der Aufrichtung bist. Es hilft nichts, wenn du in dieser Position bist und du bist mit der Hüfte hier zur Seite weg oder bist hier rüber. Ganz wichtig ist, dein Knie muss safe sein. Ganz viel Länge, Unterarme ablegen, Raum schaffen. Und dann passt es. Und dann passt es. Dann richten wir uns langsam auf. Stellen die Zehen hinten wieder auf. Pressen die Handflächen in den Boden. Geben Druck, heben das Bein an und schieben das Bein weit nach hinten oben in den dreibeinigen Hund. Wir schütteln alles aus. Perfekt. Stellen den Fuß ab. Ein kleines Zwischenvinyasa vor in deine Planke. Du entscheidest über deinen tiefen Liegestütz. Eine kleine Kobra. Zurück herabschauender Hund. Wir wollen noch die andere Seite bedienen, damit es nicht ein Ungleichgewicht in deinem Körper gibt. Hebe das linke Bein weit nach oben an. Führ das Knie nach vorne, zur Nase. Einatmung weit nach hinten oben. Bitte beugen und öffnen. Bein strecken. Knie nach vorne, Fuß vorne aufgestellt. Mit den Fingerkumpen ein Stückchen mehr nach vorne gehen. Hier bleiben. Mit dem linken Fuß langsam zum rechten Mattenrand. Sauber ausrichten. Achte noch mal drauf. Knie über dem Sprunggelenk. Zehen heben. Und dann langsam das Knie zur Außenseite sinken lassen. Fuß, Außenkante bleibt im Boden. Sprunggelenk ist stabil. Rücken ist lang. Aktiv bleiben. Linke Hüfte zurück. Rechte Hüfte zurück. Atme tief ein. Atme tief aus. Dann nur umgekehrt. Linke Hand in den Boden bringen. Da ein bisschen rüber schiften. Die rechte Hand nehmen. Mal zum Sprunggelenk greifen. Hinten dann das Bein ein bisschen zurückziehen. Hinten das Knie absetzen. Knie absetzen. Und sich sauber ausrichten. Wunderbar. Du entscheidest wieder. Und bitte bediene beide Seiten gleich. Mach hier nicht den Winkel größer oder kleiner als auf der anderen Seite. Schau, dass du dort ein gutes Verhältnis bekommst zwischen rechter und linker Seite. Erinnere dich, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Es gibt eine Schokoladenseite 1. Es gibt eine Schokoladenseite 2. Bediene nicht immer deine Lieblingsschokolade. Ansonsten muss man dir vielleicht mal die Lieblingsschokolade aberkennen. Dann gibt es eben eine Weile keine Lieblingsschokolade mehr. Weiß nicht, ob das so cool ist. Ist nicht gut. Gabi schüttelt den Kopf. Gabi findet das richtig blöd. Also, geh also auch. Wenn es sich nicht lieblich auf beiden Seiten immer anfühlt, dort trotzdem liebevoll vor. Gerade dort, wo es nicht so schick ist, das ist viel Liebe. Da musst du Liebe hinschicken. In deinen Körper. Ziehst deine linke Hüfte mehr zurück. Ziehst deine rechte mehr nach vorne. Und dann wandelst du langsam mit den Fingerkuppen nach vorne. Dann machen wir so 2-3 kleine Wellen. Einatmung. Wir heben den Brustkorb. Ausatmung. Wir beugen die Ellenbogen. Gehen ein bisschen tiefer. Einatmung. Wir heben uns an den Brustkorb. Ausatmung. Welle tief. Ah, super. Wunderschön. Einatmung. Ich hoffe, du machst das genauso schön. Aus. Tief. Einatmung. Hebe dich nochmal weit nach oben. In der Ausatmung. Ganz sauber platzieren. Unterarme ablegen. Länge halten. Länge halten in der rechten. Eventuell hinten die Zehen nochmal aufgestellt. Nochmal korrigiert. Ja. Hat gerade Gabi eben auch gemacht. Nochmal ihre Position ein bisschen angepasst. Modifiziert. Ist ganz wichtig. Linke Hüfte geht tief. Rechte Hüfte sackt nicht einfach weg. Linke Hüfte mehr zurückziehen. Umgekehrt. Umgekehrt. Jöp, jöp, jöp. Dahin. Sehr schön. Flanken bleiben offen. Alles ist lang. Und dann wollen wir schön die Hüfte aufmachen. Wichtig ist, schütz dein linkes Knie. Schiebe deinen Fußspann. Oder dein Unterschenkel ist, ich kann ja nicht sehen, wie viel Raum du hast, fast parallel zum Mattenrand. Dann ist dein Fuß geflext. Schiebe hinten ganz, ganz bewusst deine kleinen Zehen in den Boden. Atme tief ein. Atme tief ein. Atme tief aus. Einatmung hier. Ausatmung hier. Noch ein paar Abenzüge hier. Und ich lade dich wirklich dazu ein, achte wirklich drauf, dich dort sauber, ganz bewusst auszurichten. Es wird oft in der Taube ganz schnell dort reingegangen. Man hat schnell die Position inne. Und wenn du dort eben dich nicht sauber ausrichtest, eben nicht darauf achtest, aha, von der Idee geht es darum, mehr Raum dort in deiner Hüfte zu schaffen. Und du glaubst vorne, dein Unterschenkel, ach, dein Knie wird das schon regeln. Ja, das regelt es. Indem es Druck bekommt, unguten Druck. Und das eventuell schmerzhaft ändert. Bleibe bewusst. Bleibe aufmerksam. Bleibe im Hier und Jetzt. Einatmung. Richte dich auf. Stell die Zehen hinten auf. Schwing dein linkes Bein weit nach hinten oben. Schüttel das Bein aus. Stell die Zehen auf. Rolle vor in die Blanke. Gehe über den tiefen Liegestütz zu Boden. Eine Kobra. Schieb dich zurück in die Kindstellung. Schaffe hier Raum. Tief ein. Tief aus. Roll dich Wirbel für Wirbel auf. Setz dein Gesäß nach rechts. Bring über links die Beine nach vorne. Richte dich ein bisschen mehr auf deiner Matte aus. Stell die Füße auf. Greife in die Kniekehlen. Hebe nochmal dein Herz. Und dann atmest du nochmal tief ein. In die Flanken. Die Schultern wachsen ein Stückchen mehr zu den Ohren. In der Ausatmung. Rollst du dich ein. Bringst das Kind auf den Brustkorb. Rollst langsam Wirbel für Wirbel nach hinten ab. Wirbel für Wirbel. Genau. Dann guckst du nochmal, ob du ein bisschen korrigieren musst auf deiner Matte. Ziehst die Knie nochmal ran zum Brustkorb. Hältst sie nochmal kurz inne. streckst die Beine nochmal nach oben aus. Greifst die Beine Rückseiten. Beine senkrecht nach oben. Wunderbar. Die Fersen bleiben zueinander. Du schiebst deine ganze Rückseite in den Boden. Schau, dass dein Gesäß nicht nach oben steigt. Schau, dass du die größtmögliche Länge in deinen Beinen bekommst. Wir haben uns heute schon ordentlich mit den Beinrückseiten betätigt. Wir betätigen uns ein letztes Mal dort hier. Wir drehen die Zehen nach außen. Die Fersen bleiben zusammen. Schließen die Füße. Halten die großen Zehen fest. Drehen die Fersen aus. Schließen die Füße. Drehen nochmal die Zehen aus. Fersen bleiben zusammen. Bleibe in deiner Strecke, in deiner Streckung, in deiner größtmöglichen Länge. Schließen die Füße. Drehen nochmal die Fersen aus. Schließen die Füße. Drehen nochmal die Zehen aus. Schließen die Füße. Drehen nochmal die Fersen aus. Schließen die Füße. Drehen letztes Mal die Zehen aus. Bleiben kurz hier. Und ich bin mir bewusst, dass bei dir, bei dem einen oder anderen von euch jetzt eventuell die Beine zittern werden. Lass zittern. Hatten wir heute schon. Schließen. Nochmal Fersen auseinander. Schließen. Knie heranziehen. Kleine Kreise machen. Und deine Stunde, deine Session neigt sich dem Ende. Du kannst dich gleich komplett in deiner Entspannung bequem machen. Stoppen hier. Wechseln nochmal die Richtung. Stoppen hier. Stellen die Füße auf. Lassen die Knie zueinander sinken. Bleiben hier kurz. Geben ein bisschen Raum in den Becken. Öffnen die Knie. Strecken das rechte Bein und das linke Bein weit nach vorne aus. Strecken die Arme nochmal weit nach hinten aus. Ziehen uns nochmal richtig in die Länge. Bringen die Arme zurück. Legen die Arme rechts und links vom Körper weg. Handflächen nach oben. Lassen die Beine los. Lassen den Atem kommen und gehen. Schließen die Augen. Und kommen in Shavasana. Wir atmen tief ein. Wir atmen tief aus. Mach deine Stirn weich und glatt. Lass deinen Unterkiefer los. Wenn du keine Idee hast, wie du deinen Unterkiefer lösen sollst, bewege ihn sanft nach rechts und links, sanft nach vorn. Mach kleine Kreise mit deinem Unterkiefer. Und wenn du ihn dann löst, dann sind entweder deine Lippen ein kleines Spalt geöffnet. Maximal liegen sie aufeinander. In deinem Shavasana heißt es, alles runterfahren, einfach loslassen. Ich lade dich ein, ruhig hier noch ein paar Minuten, und ich meine wirklich ein paar Minuten, in deinem Shavasana zu bleiben. Und von ein paar Minuten rede ich von fünf, sechs, sieben Minuten. Wir, die Gabi und ich, wünschen dir einen wunderschönen Tag. Bleibe gesund. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Hier und jetzt. Auf deiner Matte. Namaste. Hier und jetzt. Und jetzt. Und hier. Untertitelung des ZDF, 2020